wo müssen wir lang da ist das hier groß groß und groß und ich habe grad geschrien kann ich herunterfallen wo geht händler kann ich hier was kaufen wir einkaufen passagata wo sind die credits 1200 wie viele credits haben wir wo kann man unsere credits sehen ich sehe sie nicht teile medikit waffen gibt es hier nicht rüstung kleidung diese einfach ich weiß nicht wozu die sind aber ich habe irgendwie das gefühl dass wir die gut gebrauchen könnten ein paar medikits und tschüss eine werkbank aber die macht jetzt für mich leider keinen sinn weil meine ja was hast du denn verdammt hätte ich das doch eher gewusst kann man den kaufen ich habe nicht genug doch man kampfpanzer was ist das sicherheitsüberbrücker rüstung das sehen defensiv komm so geht noch was rüstungen sind immer gut kardio dieser gürtel überwacht den herzschlag und die atmung und injiziert aber der ist der ist nicht schlecht und ich weiß noch mal training verhalten oder oder das hier tarnung tarnfeld ich finde den hier ganz gut ich weiß nicht ob wir den schon haben wir rüsten wie gesagt wir rüsten uns aber erst komplett aus wenn wir alles haben damit man sich so ein bild für mich und meinen partner sah das nicht nach einem unfall aus eher als wolltest du ihn zum nachen halten nicht einmal eine entschuldigung so geht das nicht so geht das nicht und der andere hört sich an wie so ein spanier dieser solostana hier hat dinge über uns gesagt die uns nicht gefallen wir versuchen nur uns mit ihm zu einigen ich möchte seine version der geschichte hören das hat nichts mit dir zu tun fremda geh einfach weiter und kaufte in der kantina was zu trinken ich lasse nicht zu dass ihr hand an ihnen an na so ein glück da will jemand den helden spielen warum verschwindest du nicht einfach bevor du dir wehtust dann hättest du dich nicht einmischen dürfen ach bad okay ihr wollt einen kampf ihr kriegt einen kampf und die wachen gehen alter wie der den einfach weg kickt ich hätte vorher meine sachen holen müssen ach bam ne celle gibts hier ich hab noch mehr davon im angebot gibt es denn dafür auch eine belohnung kampf kampf TA DA 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 Geh so eine kleine Nanky. das habe ich alles okay ach ja jetzt erinnere ich mich guten tag ach hier kann man ich will im rennen fahren ich weiß nicht was jetzt passiert ach so das ist aber soll er schnell sein wow das ist das ist high speed da bin ich am in mario kart schneller wow hier sind sie ein furchtbar spannendes rennen oh verdammt ja das ist das ist glaube ich eher so ein spazierrennen fahren das ist echt schwierig wow und oh ich glaube ich schaffe das nicht oh ich schaffe das nicht oh man kann sowohl mit der lehrtaste als auch mit dem rechten mausklick springen springen das ist so gut dann ist überhaupt das rennen von zwei minuten für die strecke ne oh da ist ne granate aber eine mine je nachdem gut dass ich noch gesprungen bin wer weiß was das war so ich glaube habe ich gewonnen ich gehe dann jetzt das ist schon 21 minuten alter schwede dann würde ich mal sagen lassen wir uns hier nieder trinken ein drink und sehen uns dann im nächsten part von star wars wieder vielen dank fürs zuschauen und bis dann ciao ciao